Freunde, Servus, Mare. Du bist so ein mutiger Typ, habe ich gehört. Ja. Wollen wir da mal rübersporteln zum Auto? Ich hoffe, du hast deine Sprintsocken an. Ich hoffe, du hast deine Kugel und Granat später sichere Weste an. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Lauf weiter, rückwärts, ja, ich bin schon ein bisschen weiter hinten. Wo hinten? Lauf einfach um den Zaun rum, Richtung Wiese. Ich hoffe, du hast es markiert, ich seh dich auf jeden Fall. Ah, lol. Vor dir. Ja, man denkt zum Auto. Nein, du wolltest doch unbedingt laufen. Fuck! Hast du das gehört? Ich meinte, Schüsse auf dich? Nein, aber es war Schüsse, oder? Scheiss Musik, ich sollte die Musik ausmachen. Ich hab dich ein bisschen leiser... Ich hab eine vielleicht interessante Idee, siehst du dort oben... Die Kirche? Ja. Den Punkt würde ich meiden. Sicher? Ich glaub, und dort... Ja, ist ein bisschen so Burg zur Festung, ne? Ich würde... ich weiß nicht... Ich will nicht so viel riskieren am Anfang, weil wenn alles weg ist, es wäre extrem... Okay, jetzt haben wir beide Rucksäcke und beide was zum Trinken und Essen und jetzt würde ich ungern. Ja. Gibt es da hier Erschöpfung oder so? Erschöpfung, ne? Aber mit Essen und Trinken, weil das vorbei ist, glaube ich, ist die Schicht im Schacht. Die Anzahl der Spieler ist unten links... Ja, gut. Lebens... Ja, ja. Was das nächste ist, weiß ich nicht. Die... Weiß ich nicht, was das ist, wo 0 steht. Ah, das gibt es irgendwie Punkte zahlt oder so wahrscheinlich, weil das X ist ja das Logo von Exile. Von dem her. Vielleicht wofür du es gekillt hast. Ich hab keine Ahnung. Das kann... Zum Beispiel... Die Musik macht mich so wahnsinnig. Nein, ich muss die Musik gleich ausmachen. Ich bleib jetzt mal in einem Ding stehen, da in einem Busch und mach das aus, weil der nervt. Aber wir müssten, du, weil es wird es schon echt bissl... Ja, warte Musik aus. Du, Musik aus und sie läuft trotzdem, ich bin da hinter dir. Warte, ich mach es einmal kurz aus, weil... Ich hätte es eigentlich ausgemacht und sie läuft trotzdem, sauber. Du, Musik aus. Aber wir müssen aus. Achso, ich muss auf OK drücken, ja. Nein, das nervt, das nervt mir, das ist... Ich glaube, wir gehen einfach wirklich ganz nah beieinander, hintereinander, weil sonst wird es, glaube ich, ganz leicht, dass man sie aus die Augen verliert. Aber es ist schon einmal wichtig, dass wir nicht mehr die Bahnbekleidung auch haben, also... Dass wir nicht mehr so... Ja, das ist... Das seht mir übelst gut. Aber das ist... Aber das ist... In der Nacht bist du ein bisschen besser geschützt. Aber das ist das, was ich... Äh... Schon immer nicht gemacht habe. Du siehst nie Gegner. Du kannst immer dumm laufen. Und meistens... Du weißt nur, wenn einer da ist, wenn einer schießt auf dich. Ja, ja, leider. Es gibt... Nicht so viele Dumme, die einfach rumrennen wie mir. Und, äh... Ja, die anderen haben dann schon mehr. Die haben halt Basis, die haben Waffen, die haben... Schon andere Geschichten, ne? Das ist halt auch... Eben. Ja gut, mit der Schutzwesten und mit so Waffen... Die Frage ist einfach... Waffentraining war auch eine gute Sache... Einfach, dass wir ein bisschen... Möglichkeit haben jemanden zum killen, ne? Das habe ich oft gehabt, dass ich dann die Waffe komplett falsch eingesetzt habe. Ja. Oder falsche Empfernung oder so. Was hast du für Visier drauf? Also, ich habe relativ... Ich habe ein... Kampf-Ding-Visier. Ich weiß gar nicht. Ist das auch Kuck? Warte. Ich habe... Ah... Achso, ich bin ja Deppert. Ich kann ja nachschauen. Eine MRCO. Zweifache Vergrößerung. Also, ich habe definitiv eine Möglichkeit zum Vergrößern mit so einem Punkt... In Grün. Ich habe... Ja. Ich habe einen Punkt in Rot. Ah, dann hast du... Okay, okay. Du hast das andere. Aber was ich befürchte ist, weil es wird in der Nacht so finster... Dass wir dann nichts sehen. Echt? Wird das so dunkel? Hm. Taschenlampen gibt es sowas? Bestimmt, oder? Ich frage es nur. Das war geil. Ob man in dem Spiel... Sinn eine Gruppe... Platschen kann. Was? Das startet in 60... Ach, das minuten. Okay. Was? Dass man sich in eine Gruppe einladen kann. Dass man sich das sieht. Restart in 60 minuten. Ah, jetzt wird es wieder heller. Ja, das kann sein, dass die Jungs das... Ähm... Ja, genau. Server-seitig eingestellt haben. Das machen sie glaube ich recht gern. Von mir aus. Mein Gott, Nacht war zwar spannend, aber... Es muss nicht so finster werden, dass man nichts mehr sieht, weil das... Oh, was? Achso. Ich war gestern in der Nacht eingeloggt und da ist nichts. Du brauchst nicht dann... Du brauchst nicht dann Nachtsichtgerät, ne? Ja, wenn es solche Sachen gibt... Das ist natürlich... Ja, ja. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Das ist edel, ja. An sich ist ja sowas echt spannend, weil du immer ein bissl... Leicht... Holt einen Puls und Blutdruck hast. Ja, voll. Weil du Angst hast, einfach es zu probieren. Ich schau mal kurz auf P. Ob man es in der Gruppe hält, wenn man kann. Was ist P? Ah lol. Druck einmal... Druck einmal O. O ist... U. K ist Kampas. Aber wo kann man sich das Spiel anziehen lassen? Im Norden. Komisch. Warte einmal, bist du weitergerannt? Gehen wir mal kurz vielleicht nur über die Straße in den nächsten Wald. Ja. Es ist egal, ich finde es eh nicht. Aber vielleicht kann man mal einen Chat schreiben, ob man sie in der Gruppe... Dass man sie sieht. Chat ist welche Taste? Irgendwo Punkt kommen oder so. Ach so, warte einmal. Oh. Fahrzeugkanal, direkte Kommunikations-Gruppenkanal. Ah, mit Strich. In der Strich. Okay. Das ist der Chat. Das andere ist... Zum Switchen von den Channel, von den Kanälen. Okay, da bist du. Na ja, Wald. Ja, warte einmal, dass ich den kann. Außer die Jungs mit den Nachsicht. Haha. Also ich seh noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie dunkel der Monitor eingestellt ist. Gruppenkanal ist scheiße. Seitenkanal ist immer der zum Schreiben. Ich muss mir das auch vielleicht nur umstellen, dass man... Wenn man ganz... Ich muss das Visier, aber da ist gern zu knicken, also... Das wäre nix. Aber das ist schon ganz geil. So. Ja, ich muss ja immer warten, bis wir sind... Ah, wie kann man... Wie kann ich nämlich so einfach das Inventar öffnen? I. Ah, I. Ah, ganz klar. Logisch. Jo, drückt mal sechs. Ich schau jetzt mal kurz hin. Ah, lol. 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 Ähm. Ähm. Ja, wie? Mit sechs. Mit sechs. Sechs. Dann kommt der Tab. Ja. Dann wahrscheinlich... Warte mal. Anschalten. XM8. Okay. Ja. Und jetzt? Mhm. Warte mal. Invite to Party. Go back. Dann auf Party. Was steht da bei dir? Ich kann gar nicht Invite to Party. Nein, eh nicht. Aber was steht bei dir, wenn du auf Party gehst? Nichts. Territory. Send. Pop. Das sieht man so schlecht. Ach so, da ist... Ah, okay. Party jetzt. Party Lightwolf. Party Host Party. Vielleicht Clan. Ach so. Not implemented. Okay. Aber wie kann... Wie kann ich die da einladen? Funktioniert Generator und Fluglicht oder geht das noch nicht? Wie kann ich die da einladen? Wo bist du überhaupt? Hinter dir. Oh, Gott sei Dank. Wie kann ich die da einladen? Das war schon sauer wichtig. Dass wir quasi uns gegenseitig sehen, oder wa? Ah, war ein Telefon. Ja, Freunde. Es ist jetzt die Frage. Hat es jetzt noch Sinn weiter zu gehen, oder nicht mehr? Ich würde sagen... Wir haben noch ein bisschen vom Part. Allerdings wäre es mal wichtig, dass wir uns hier irgendwie ein bisschen... zu erkennen geben können. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob das jetzt ein Signal oder so ein Punkt oder irgendein Symbol ist über dem Kopf oder so, dass man auf jeden Fall weiß, okay, ah, das ist ein Kumpel. Ich kenne mich sowieso, was die ganze Steuerung angeht, nicht so gut aus. Werde ich mich jetzt mal rein tasten. Tagebuch gibt es auch. Das GPS gibt es mit Steuerung rechts und M. Es gibt eine Drohne, wow. Ein Kompass, eine Uhr, das Fernglas mit B, das Nachtsichtgerät mit N, Scheinwerfer mit L. Ist gut zu wissen. Motor an, gibt es derzeit nichts. Fahrzeug, Turbo, Schrift links. Ja. Das ist jetzt ganz lustig. Befehl an sich Multiplayer. Was können wir jetzt hier machen? Auch nicht viel. Oh, sorry, das war jetzt Fail. Kein Problem, ich habe eben ein bisschen... Ich habe es gehört. Gelarrt. Ich habe mein Ding nicht gemutet gehabt, glaube ich. Doch? Ja, im Teamspeak habe ich nicht beim Aufnehmen. Ach so. Aber es wurscht, ich war nur für Awards-Kollege. Ich will wissen, wie man sich da hier... Man kann auf Party gehen, aber man kann noch Partys erstellen, man kann nichts. Was soll das für Tasten mit... Mit Sex, nein. Ach, Sex, ja. Also... Ich würde jetzt meinen... Go back. HG-Network. Okay, das ist unwichtig. Party, ja. Lightwolf-Party. Ich nenne sie jetzt einfach mal. Ich frage den nur mehr. Was hört ihr jetzt schon fast nicht mehr? Also war das jetzt noch... Noch viel. Findest du da rein? Also, ich hätte jetzt... Gruppe... Du hörst Carvan und Mare und... Hab mir jetzt drin, die Frage ist, wie kann ich die hinzufügen? Genau, das haben wir... Ja. Oder? Also... Wenn du eine aufmachst, die kommen auch nicht rein. Das muss jetzt immer so kompliziert sein, hey. Das ist so bissl, ja... Cool Idee mit dem Tab, aber... Was ist denn mit 5? 5 ist... Oh, ein Stöpsel, okay. Was? Wenn du 5 drückst, dann ein Stöpsel da. Mit 4 gibt es irgendeine Änderung im HUD. Ah, ja... 4, okay. 3... 2... 1... Ja... Uh... Uh... Magazin... Munition ändern. Ich hab immer noch nicht kapiert, wie ich das Zielfernrohr jetzt entferne. Das ist nämlich echter Dorn im Auge. Wieder runter? Gehen. Runterziehen, ne? Ich kann ja nur die ganze Waffe runterziehen. Nein, da hast du unten die Slot. Du kannst runterziehen. Du hast doch unter der Waffe... Ja. Slot für... Ah, okay. Ja, klar. Alles klar. Mhm. Aber ich würde es gerne wissen mit der Gruppe. Das nervt gerade richtig hart. Ja. Das Ding ist... Können wir auch nicht wirklich weitergehen, weil ich seh wirklich nicht mehr viel. Die Hand vor Augen nicht. Ja, das ist halt eine Schaas, ne? Weil das einzige was wir auch kennen, ist blind links jetzt so die 1,5 Kilometer Lauf. Aber... Ja, aber können wir es jetzt machen, dass wir einfach gerade genau durchlaufen. Weil dann werden wir uns schon nicht verlieren. Nein, ich schaue noch. Ich bin hinter dir, aber... Alles klar. Ich werde nach dem Part den Flowrider fragen. Ja. Der schraubt dir immer sofort zurück, weil das... Das nervt. Alles klar. Schauen wir mal, dass der Wald irgendwo vielleicht einmal zu Ende ist. Ja, sind wir froh, dass wir da ein bisschen geschützt sind. Ja, das sowieso. Nicht, dass jetzt irgendwo ein Fluss ist, oder? Ja, weil es ist auch egal, wo du bist. Weil sobald... Dann haben wir... Dann sind wir immer ein Arsch, weil ich singe kann. Die Welt ist viel größer als Deutschland. Alles klar. Wenn es schon ausgetestet hat, Respekt. Aber ich fürchte, ich fürchte, dass es eine PvP-Geschichte ist. Relativ wenig... Ja... Interaktion, Sammeln und so weiter. Und dann dann wieder Spieler und die zerstören die alles. Ja, aber weißt du, wenn du nicht einmal zum Sammeln kommst... Ja... Ist schon eine Chance. Wenn du zum Sammeln kommst und du musst noch einen Deins verteidigen, finde ich es noch geiler, als wie du kommst gar nicht zum Sammeln. So wie es jetzt am Anfang war. Ja. Grundlos hat uns der niedergeschossen. Mehr oder weniger. Ja, eigentlich Grundlos. Der ganz Ersche, ne? Es bringt ihm ja nichts, weil... Ich hab ja gesehen, dass wir komplett neu sind. Von der Kleidung her schon. Ich schreibe jetzt einmal nur in den Chat, bleibst du noch mal kurz stehen? Ja, warte, da unten ist ein Feldweg, ich bleib beim letzten Baum stehen. Ja, genau. Wie gesagt, ich bin da nicht. Alles klar. Ich bin da nicht gleich hinter dir. Willst du mal tucken, das ist da nicht das Beste. Ah, da oben bist du. Ah, ein Kilometer. Ich weiß euch die jetzt echt nicht, weil ich nicht so, dass du da liegst. Heftig. Positiv. Vielen, fein. Laufen wir weiter? Bitte, das sind sie nicht. Ja, das sind gegenseitig Flamen. Ja, geht weiter. Wir sollen mir die Frage beantworten. Das wär... Praktischer Funktion. Gut, auf dem deutschen Server. Du musst auf die Community gehen. Okay, warte, wir bleiben noch mal stehen da, rechts bei denen. Ja, ja, ja. Gehen wir noch mal auf 6, einschalten. PG-Network. Go back, PG-Network. Da gibt's kein Community, he? Ah, Party ist schöner, dann Invite to Party wahrscheinlich. Warte mal. Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Warte, wie? Okay, lol. Bei mir ist das ausgegraut. Wo musst du, wo musst du hin? Bei Settings erst die Community auf on machen, okay. Einschalten? Das drum? Ja. Dann gehst du auf Settings rechts unten. Schau mal die Weiß, oder? Ich schätz, ja. Auf on und dann okay. Ich kann aber trotzdem keinen hinzufügen. Ah, lol. Doch, jetzt geht's schon. Leitwolf in weiter Party. Was? Wie hast du das jetzt gemacht? So wie ich's gesagt hab. Ich hab das auf on geschalten. Ja, ja. Auf PG-Network. Und nachher hab ich... Ja, du hast keine Party erstellt. Doch, eigentlich auch. Hast du es auch genommen? Die Frage ist, wo kriege ich die? Die Einladung? Vielleicht unter Partys? Warte mal, du bist da. Wie kann ich was transferieren? Partys. Ja, bei Party ist lediglich Leitwolf lief. Ja, toll. Ja, lief einmal die Party. Okay. Dann kannst du vielleicht auch nicht mehr. Warte mal, wenn du mir was schickst, wenn das geht. Ja, ja, freilich. Leitwolf in weiter Party. Ja. Jo, join. Yeah. Bin drin. Ich schau jetzt noch mal. Und du schaust jetzt wie aus. Ja, du hast jetzt bei mir so ein Symbol. Ein Sex. Eck. Na sauber. Freunden, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. Jo, macht's gut. Servus. Boch Mecklerwerder.